Und habt ihr mit dem Heinz Konrads auch reden können, oder? Nein, der ist nur kurz vorgekommen von Spielen und da gleich wieder anrufen. Wenn du das jetzt nach 40 Jahren wieder anschaust, wie geht es dir da damit? Da denke ich mir jüngst, das war eh die Frisur und ein bisschen dünner. Schön. Ja, ich würde das auch mal nicht wollen. Aber sonst hat dir ganz gut gepasst, wie du dir erzählt. War eigentlich ein Highlight. Einem im Fernsehen live spielt. Und was haben da die Eltern und die Großeltern, oder was haben die Leute in Glen Isil eigentlich gesagt? Die werden ja wahrscheinlich gesagt, das sind jetzt Fernsehstars, oder? Ja, ja, dann eine Zeit lang schon. Hat das die Runde gemacht, gell? Ja, eigentlich schon. Fernsehstars, ja. Wir haben uns ja als Fernsehstars gefühlt.